Nazi-Deutschland. Der letzte Vorstoß ins Herz der Finsternis. Die SOI hatte uns sechs unter meinem Kommando aus einem Grund rekrutiert, um die Daten zum Projekt Phoenix zu bergen. Dem letzten Atemzug des dritten Runders. Eine zusammengewürfelte Koalition von alliierten Kommandos, die dahin zielte, wo der Feind am verwundbarsten war. Dies sollte unsere erste und einzige Mission sein. Seht euch das an! Hallische Welt! Wer will sie retten? Dosvidani! Los geht's! Showtime! 誰? Das war's! え- だう! Steven! え- Der ist da! 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 Der war eh schon langweilig! Die Tür ist verschlossen! Wir suchen einen anderen Weg rein! Der Volt zieht zurück! Schnell! Schnellt ihr! Der ist da! Schnellt! Schnellt ihr! Geheimen Mission! 1, Beschuss! Es geht hier nicht! Ich bin jetzt das Tag! Aufgepasst! Wir kommen lasse! Geheimnis! 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 Ich habe den anderen zu! Hey, Hormak! Zieh dir das Hüpfchen hier auf dem Laster an! Geheimnis! 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 Entschuldigung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Halt auf, Robach! Abpassen! Halt auf! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das hätten wir. Teufel auch! Was ist das? Das ist unser letzter Stopp. Sobald wir drin sind, sichern wir das Ziel. Er will, dass wir es sichern, aber sag nicht, was es ist. Kings, der hat von Anfang an rumgedruckst. Das hier ist keine Ostereiersuche, oder? Ja, aber was steckt dahinter? Das wissen wir nicht genau. Du meinst, die beschissene SOI weiß nicht genau? Wisst ihr was? Ich gehe die Bremse ziehen. Wir haben nur einen Namen. Phoenix. Also wissen wir nicht mal, wogegen wir kämpfen. Das ist unsere Mission. Es rausfinden. Die SOI sagt, die Deutschen schaffen was Großes aus dem Land. Könnten Dokumente sein. Enorm wichtig. Wir, sollen sie uns schnappen. Wenn es so wichtig ist, warum schicken sie keine Armee? Tun sie. Uns sechs. Junge, wir gehören nicht zur selben Armee. Wir sind nicht mal vom selben Kontinent. Ruhig. Zurück. Du, alles, die keine Worte kommen. Warum wurden wir für diese Selbstmordmission ausgesucht? Sechs Spezialisten wurden ausgewählt, die Krautfässer schnell und unbemerkt zu erwischen. Das kann keine Armee. Zu laut. Zu langsam. Richard hat recht. Sie rechnen nicht mit uns. Rein, nur mit den Papieren wieder raus, bevor sie was merken. Da steht jeder den Plan. Ich schieße auf Nazis. Sie sterben. Das ist es. Wenn du einbruchst, kannst du hier überhaupt nicht leisten. Schnappen wir uns die Papiere, bevor die Deutschen was mitkriegen. Ich gebe vom Waggon aus Deckung. Verdammt! Ich hasse Wunder. Das ist getauscht. Schaltet sie auf, hier. Ein Schädlinge! Haltet sie auf! Die Gruppen um Hilfe! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Schaltet sie auf! Wovon die Deutschen was mitkriegen. Die Erde vom Vakon aufs Dämmel. Verdacht! Einwiesiger! Haltet sie aus! Stoß für Hilfe! Warten! Haltet sie aus! Hör los! Achtung, der Zug! Ich bin nicht missiv hierhin, um unter die Räder zu kommen. Ich bin nicht missiv hierhin, um unter die Räder zu kommen. Da ist der Eingang. Fast geschafft! Weiter! Los! Heute den Schordschützen auf! Bewegung! Alles ein, da! Hallo! Das war's. 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 Das war's.